Nach diesem Start bitte ich das Kampfgericht, wieder die Seiten zu wechseln. Aufruf, Wettkampf 34, 100 Meter Rücken, Weibling, Lauf 1, Bahn 2, Viktoria Bursmann, der Eise Deventer, Bahn 3, Buse Gering, der Eise Deventer, Bahn 4, Pia Harmsen, Vasco Nordhorn, Bahn 5, Saskia Oschem, SV Gronau, Bahn 6, Sofia Kett, SV Epo, Bahn 7, Marenke Hummelin, Steenweig. Vielen Dank.